Hallo meine durchgeknallten Otakus. Ja, heute nochmal ein ganz spezieller Jahresrückblick, also sehr persönlich von mir, sehr subjektiv und in Bezug auf eben Animes, Mangas und Videospiele im Jahr 2018. Also ich wollte anfangen mit der Kategorie Manga. Dazu habe ich acht Fragen übernommen von Speciousness, von dem YouTube-Channel. Also er hat da jetzt auch so ein Video gemacht zu dem Thema und da waren eben acht Fragen dabei und ich habe gedacht, die eignen sich da ganz gut für. Also da werde ich zuerst meine Antworten drauf geben. Dann haben wir die Kategorie Anime. Da habe ich die Fragen mir geklaut von der Anime-to-you-Award-Umfrage. Also die haben eine Umfrage gemacht zum Thema Anime. Da war auch Manga mit dabei. Aber zu Manga waren halt nur zwei Fragen, also nicht ganz so ausführlich. Und zu Anime waren eben acht Fragen. Also genau wie ich halt von Speciousness geklaut habe für die Manga-Kategorie. Und ganz zum Schluss haben wir noch ganz kurz und knapp eine Video-Game-Kategorie. Das sind dann nur noch zwei Fragen, die ich auch von dem Anime-to-you-Award habe. Ja, fangen wir einfach mal mit der Kategorie Manga an. Nummer eins. Lieblings-Manga 2018. Und da muss ich sagen, das war in meinem Fall Last Hero Inuyashiki. Klar, der erste Band davon ist nicht 2018 erschienen, sondern schon früher. Aber der letzte Band ist 2018 auf Deutsch erschienen. Deshalb passt das für mich. Und ich habe ja auch extra so lange gewartet, um den Manga dann mal komplett zu lesen. Habe ja dann alle zehn Bänder am Stück mir reingezogen und ist für mich ein wohlverdienter erster Platz als Lieblings-Manga 2018. Wobei natürlich auch Magical Girl Side ein heißer Anwärter auf den Posten gewesen ist. Aber da hat mich einfach zu sehr gestört, dass nach diesem heftigen Cliffhanger-Ende von Band 8 in Band 9 einfach mal ein komplett neuer Story-Arc mit komplett neuen Charakteren angefangen hat. Das hat mich so vor den Kopf gestoßen, dass Magical Girl Side für mich gar nicht der Lieblings-Manga 2018 werden konnte. Ja, natürlich habe ich mich auch über die Veröffentlichung von Gans gefreut. Aber den Manga habe ich halt schon längst im Internet gelesen, weil ich schon lange nicht mehr damit gerechnet hatte, dass der jemals auf Deutsch kommt. Deshalb wäre das wohl eher mein Lieblings-Manga im Jahr 2007 oder so gewesen. Also als ich eben mir die ganzen Kapitel online durchgelesen habe auf Englisch. Ja, dann die Nummer zwei. Die Nachricht des Jahres. Und das war für mich ganz klar, als EMA bekannt gegeben hat, dass sie im Jahr 2019 ab April die Eternal Edition von Sailor Moon herausbringen werden. Und im April kommen sogar direkt schon die ersten beiden Bänder auf einen Schlag. Ich habe zwar schon, wie ihr wisst, beide bisher erschienenen Auflagen, aber das wird endlich die würdige Aufmachung sein, die dieser Meilenstein der Anime- und Manga-Geschichte in meinen Augen verdient. Denn die Eternal Edition wird endlich alles, was in Farbe verfügbar ist, auch in Farbe haben. Das heißt, es ist nicht wie bei der letzten Neuauflage, wo dann nur mal ein paar Farbseiten am Anfang jedes Bandes sind, sondern das wirklich am Anfang von jedem, jedem Kapitel Farbseiten sein werden. Das Ganze wird insgesamt zehn Bände haben. Ich habe ja auch dazu ein Video gemacht, als die Meldung noch ganz frisch war, weil ich mich so darüber gefreut habe und diese Freude natürlich mit euch teilen wollte. Und wer weiß, vielleicht kommen auch noch die zwei Sailor-V-Bände. Also die werde ich mir auf jeden Fall auch kaufen, auch wenn ich eben die anderen zwei Auflagen schon habe. Aber die Eternal Edition ist wirklich was ganz Besonderes. Und das ist halt so wirklich die perfekte Auflage quasi. Nummer drei. So viele Mangas habe ich gekauft. Und das war jetzt echt, hui, das war echt schwer nachzuvollziehen. Also viel schwerer als gedacht. Ich habe gedacht, ich gucke mal gerade bei Amazon zählt das zusammen. Dann vielleicht noch bei Ebay oder so. Aber tatsächlich, also damit war es absolut nicht getan, weil ich halt über sehr viele verschiedene Kanäle Mangas beziehe, beziehungsweise im letzten Jahr bezogen habe. Nicht nur Amazon und Ebay, sondern auch Ebay-Kleinanzeigen, diverse Facebook-Anime-Manga-Verkaufs- und Tauschgruppen und so. Dann nutze ich ja den Panini-Abo-Service, um die Pokémon-Mangas zu beziehen. Ja, habe ja zweimal bei Avel bestellt. Da habe ich ja auch Videos zu gemacht. Dann, ja, was besonders schwer nachzuvollziehen ist, ist natürlich, wenn ich mal was im Bahnhofskiosk oder im Comic-Laden gekauft habe. Also da gibt es ja gar keinen Beleg mehr dann davon. Ich meine, den Kassenbogen hebt man sowieso nicht auf. Also das ist dann wirklich unmöglich nachzuvollziehen. Im Endeffekt habe ich es versucht, so gut wie möglich zu rekonstruieren und bin dabei auf genau 123 Mangas gekommen. Könnte noch eine Dunkelziffer geben und ja, ein paar Artbooks und ein Quizbook sind eben auch noch dabei gewesen. Und jetzt die Nummer 4. So viele Mangas habe ich gelesen. Und das steht tatsächlich im heftigen Kontrast dazu, wie viel ich gekauft habe. Also 123 gekauft, aber tatsächlich nur 66 Mangas gelesen das ganze Jahr über. Also kann sein, dass die Zahl jetzt auch sich noch ein bisschen steigert, weil ich nehme das Video hier gerade auf am 30.12. Also kann sein, dass ich vielleicht noch ein oder zwei noch lese. Aber ja, es ist tatsächlich fast die Hälfte von dem, was ich kaufe. Und das ist natürlich blöd. Also es sollte eigentlich so sein, dass man genauso viele liest, wie man auch kauft in dem Jahr. Deswegen möchte ich mich im nächsten Jahr mal etwas zurücknehmen und versuchen, ein bisschen weniger Mangas zu kaufen. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten noch zwei Comics. Also Super Mario Adventures und Schneeballen verliebt in Japan. Das Pokémon-Kochbuch und acht Light Novels. Also tatsächlich habe ich in den vergangenen Jahren immer schon so über 70 Mangas ungefähr gelesen, aber dafür deutlich weniger Light Novels. Und deswegen das führe ich halt darauf zurück, dass es diesmal so wenig Mangas in Anführungszeichen sind, dass ich eben auch sehr viele Light Novels gelesen habe dieses Jahr. Dann die Nummer 5. Schönster Manga-Moment. Und das war für mich, als Manga-Kalt so im Ostern herum rausgehauen hat, dass sie ganz einen meiner absoluten All-Time-Favorites, wie ihr mittlerweile wissen dürftet, endlich komplett auf Deutsch rausbringen werden und dazu noch in günstigen Sammelbänden. Also 20 Euro für ein Band, wo halt wirklich drei Bände drin sind, heißt also, dass man insgesamt nur zwölf Bände kaufen muss und dann hat man die Reihe vollständig, die ja eigentlich 38 Bände umfasst in Japan. Also da bin ich wirklich völlig eskaliert und wie verrückt klatschend durchs Haus gehüpft vor Freude. Hätte man eigentlich filmen können, ich glaube, das wäre echt unterhaltsam gewesen als YouTube-Video, auch wenn ich mich dann total zum Horst gemacht hätte. Aber so hardcore habe ich mich schon ewig nicht mehr über irgendwas gefreut. Dann die Nummer 6. Die coolste Neuentdeckung. Und da muss ich sagen, das ist für mich After the Rain. Ein Manga über ein Mädchen, das sich in einen viel älteren Mann verliebt. Wobei ich sagen muss, dass Blue Flag auch echt Potenzial hat. Vielleicht hat es mir ein bisschen zu lange gedauert, bis in Band 1 die Bombe fallen gelassen wurde, weil das halt wirklich so erst auf der letzten Seite war. Bei After the Rain war es ja schon um einiges früher. Da wusste man ja eigentlich schon im ersten Kapitel, okay, die will was von ihrem Chef. Deshalb vielleicht ist das so der Grund, warum After the Rain dann doch das Rennen gemacht hat. Aber ich bin bei Blue Flag auch sehr gespannt, wie es da noch weiter gehen wird. Also bei Blue Flag ist eben das Ding, wir haben ein Beziehungsdreieck, aber nicht dieses typische, dass ein Junge auf zwei Mädchen steht und umgekehrt oder ein Mädchen auf zwei Jungs. Sondern hier ist es tatsächlich so, dass ein Mädchen in einen Jungen verliebt ist, der in einen anderen Jungen verliebt ist, der wiederum in das Mädchen verliebt ist. Also wirklich, dass es so einen Kreis quasi ergibt. Das finde ich halt sehr interessant, dieses Konzept. Und ja, bin mal gespannt, wie es da noch weitergehen wird. Nummer 7, Lieblingsverlag. Da macht für mich eindeutig Carlton Comics das Rennen. Also ich muss sagen, im Jahr 2018, und das ist wirklich eine Kunst, hat es Tokio Pop geschafft, tatsächlich absolut keinen einzigen neuen Manga herauszubringen, der mich interessiert hat. Absolut keinen einzigen. Und wie gesagt, ich finde, das ist wirklich eine Kunst. Heller Wahnsinn. Und das ist nicht mal das Einzige, womit sich Tokio Pop im Jahr 2018 bei mir so ein bisschen unbeliebt gemacht hat. Hinzu kommt auch, dass sie ja auf einmal nicht mehr die zweiten Bände uns gratis überlassen haben als Review-Exemplare und sogar dazu übergehen wollten, uns komplett Review-Exemplare zu streichen. Das heißt, dass wir von manchen Mangas überhaupt gar nicht mehr, noch nicht mal den ersten Band bekommen hätten. Also das fand ich halt alles ein bisschen, naja, kam alles sehr unsympathisch rüber. Und wie gesagt, erschwerend hinzu kommt halt noch, dass sie wirklich gar nichts rausgebracht haben, was mir gefällt. Ja, und bei Carlton war es halt das krasse Gegenteil. Also als die ihr Programm 2018 bekannt gegeben haben, konnte ich mich gar nicht entscheiden, weil da so viele geile Titel dabei waren. Ja, eben zum Beispiel Blue Flag, aber auch Machi Maho, Magical Girl by Accident, Dragon Ball Side Stories, wiedergeboren als Yamchu. Da bin ich im Moment noch dabei, den zu lesen. Also da finde ich ja auch diese Idee total genial dahinter. Dann Cross-Account freue ich mich schon sehr drauf, da es ja ein schoner Jump-Titel ist. Ja, Little Witch Academy, ja, der Mann meines Bruders. Also ich finde Sakura I Want To Eat Your Pancreas, so als Romance-Titel, klingt auch echt interessant. Es ist tatsächlich zu viel, um alles davon zu reviewen. Deshalb also, und auch was sie im nächsten Jahr bekannt gegeben haben, hat mich direkt schon wieder total in den Bann gezogen, womit wir auch direkt schon beim nächsten Punkt wären. Also gute Überleitung. Aber nee, ich wollte gerade noch zum Punkt 7 was sagen. Genau, warum Carlton mein Lieblingsverlag ist. Nicht nur wegen den Titeln, sondern auch, weil die so tolle Sammelschuber immer am Start haben. Also ich habe jetzt auch gesehen, von Dragon Ball Super soll nächstes Jahr auch ein, also dieses Jahr zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, das vergesse ich die ganze Zeit, ja, also 2019 ein Sammelschuber erscheinen für die ersten 5 Bände und der sieht richtig, richtig geil aus. Jetzt mal nur von den Bildern auf Amazon her. Also tolle Sammelschuber und vor allen Dingen bei denen finde ich halt schön, dass man das nicht so hat wie bei EMA damals mit der neuen Sailor Moon Auflage, dass dann so eine Komplettbox auf den Markt geschmissen wird, aber die Leute, die den Manga vorher schon gekauft haben, gucken dann quasi in die Röhre und kriegen nix. Sondern dass die halt wirklich auch die Sammelschuber einzeln rausbringen, halt mit dem neuesten Band, dass man eben auch die Chance hat, als jemand, der von Anfang an immer die Bände gekauft hat, den Sammelschuber zu bekommen. Das finde ich halt auch so toll. Genau, jetzt habe ich mir meine eigene schöne Überleitung kaputt gemacht, aber scheiß drauf. Die Nummer 8 und damit werden wir mit dem Manga-Thema auch schon durch. Worauf freust du dich 2019? Und da muss ich sagen, ich habe es richtig hart gefeiert, als Carlson Dr. Stone fürs nächste Jahr angekündigt hat. Weil der Manga derzeit ein absoluter Hit im Shonen Jump Magazin ist und man mehr auf Köpfchen setzt, als die sonstigen typischen Battle Mangas. Und damit halt in dieselbe Kerbe schlägt, wie auch schon Death Note und eben The Promised Neverland. Also das finde ich sehr interessant, freue mich da schon sehr drauf. Und ein weiteres Highlight ist für mich Magical Girls Heizept natürlich. Also das Spin-Off zu Magical Girls Heizept. Zumal man ja bei Magical Girls Heizept immer recht lange warten muss auf den nächsten Band. Und das ist dann schön, dass man dann quasi immer so im Wechsel mal einen Band Magical Girls Heizept und mal einen Band Magical Girls Heizept dann lesen kann ab nächstes Jahr. Also beides werde ich auch als Review-Exemplare bekommen. Und dann wären wir auch schon bei der Anime-Sparte angelangt. Ja, Kategorie Nummer 1. Bester Anime auf DVD bzw. Blu-Ray 2018. Ja, und da fällt meine Wahl ganz eindeutig auf Hunter x Hunter von KSM Anime. Ja, es wird ein bisschen eintönig werden, weil das ist jetzt nicht das letzte Mal, dass Hunter x Hunter den ersten Platz holt. Und es wäre mir auch im Normalfall schwer gefallen, wenn ich Hunter x Hunter nicht so hardcore lieben würde. Weil es gab wirklich harte Konkurrenz und die möchte ich auf jeden Fall an der Stelle auch noch erwähnen. Zum Beispiel habe ich mich sehr gefreut, dass Kaze Silent Voice herausgebracht hat und fand den Film ja auch echt toll. Siehe Podcast, den ich mit Lea zusammen aufgenommen habe, die den Film sogar mit mir zusammen geguckt hat. Dann hat KSM bei Digimon ein ganzes Stück nachgelegt. Also sowohl kamen weitere Teile von Digimon Adventure 3 heraus, als auch die komplette Digimon Frontier Staffel, was eine meiner absoluten Lieblings-Digimon Staffeln ist. Und die Digimon Data Squad Staffel, die ich persönlich eher weniger mag. Aber tatsächlich, Digimon Frontier war auch ein heißer Kandidat, weil die Staffel fand ich echt toll. Ja, und Animoon hat ja auch den Oberkracher rausgehauen mit Higurashi no Naku Koroni, ein Anime, den ich mir wirklich schon sehr lange gewünscht habe. Also das war auch ein heißer Anwärter auf dem ersten Platz. Natürlich muss an der Stelle auch erwähnt sein, dass es total klasse von Kaze ist, dass sie nach so langer Zeit noch neue Inuyasha-Folgen herausbringen, wo ja schon wirklich niemand mir mit gerechnet hatte. Und was ich auch klasse finde, dass KSM das Naruto-Spin-Off Rock Lee und seine Ninja-Kumpels herausgebracht hat. Das werde ich mir auch auf jeden Fall früher oder später zulegen. Und ja, an der Stelle wollte ich auch nochmal erwähnen, dass Polyband ja Pokémon der Film Du bist dran herausgebracht hat und Studio Hamburg Enterprises nach so langer Zeit endlich mal ein paar neue DVDs zur Pokémon-TV-Serie nachgelegt hat. Nämlich die komplette X- und Y-Serie, die ja tatsächlich auch zu den besten Pokémon-Serien gehört. Dann, Kategorie 2, bester Anime im Kino 2018. Das ist schnell abgearbeitet, weil ich war tatsächlich nur zweimal im Kino 2018. Das war einmal für Digimon Adventure 3 Chapter 4 Lost und einmal für Digimon Adventure 3 Chapter 5 Coexistence. Da geht es mir einfach darum, die Digimans abzustauben. Also es macht einfach Spaß, sie zu sammeln. Und deshalb ist das halt für mich immer Pflicht, wenn da ein neuer Film im Kino kommt. Aber sonst war ich halt, glaube ich, auch nicht in irgendwelchen normalen Kinofilmen. Also ich war tatsächlich nur in den zwei im Kino und ich habe aber auch ehrlich gesagt nichts vermisst. Also ich weiß nicht, ich hasse mittlerweile Kino total, weil immer setzt sich irgendein dicker Wasserkopf vor dich. Es ist mega teuer, wirklich abartig teuer geworden. Ja, du zahlst ja bald für den Kinobesuch deutlich mehr, als wenn du einfach ein bisschen abwartest und dir den Film dann auf DVD oder Blu-ray kaufst. Und dann kannst du den gucken, solange du willst und so oft du willst. Auch mal Pause drücken und pinkeln und kacken gehen oder auch mal zurückspulen, vorspulen, wie es dir beliebt und dann halt fünfmal noch gucken. Und das ist ja alles bei einem Kinobesuch nicht. Dann bist du halt gezwungen, dir das halt so reinzuziehen. Und wenn dann Leute im Kino sitzen, die voll scheiße sind und dazwischenquasseln und all sowas, habe ich auch leider sehr oft erlebt in letzter Zeit. Ah, nee. Also Kino ist für mich... Also ich mache es halt im Moment nur noch bei Digimon, um die Pappaufsteller abzugreifen. Aber eigentlich ist das Thema Kino für mich ansonsten gegessen. Also ich brauche das nicht mehr. Und wirklich der einzige Vorteil, der mir einfällt, ist, dass man halt die große Leinwand hat. Ich muss es halt dann immer auf einen kleinen, also kleinen, in Anführungszeichen, Fernseher gucken. Aber da ich ja auch einen 3D-Fernseher habe und 3D-Blu-Rays, also das war zum Beispiel so geil, Ghost in the Shell in 3D zu gucken, den Hollywood-Film. Also das haben wir auch in unserem Podcast erwähnt, Lea und ich. Also ich brauche das nicht mehr mit Kino und so. Ja, und von den beiden Filmen, wenn ich mich entscheiden muss für einen von beiden, fällt meine Wahl auch ganz klar auf Digimon Adventure 3 Chapter 4 Lost. Also ich fand den dritten und vierten Teil von allen sechs Filmen tatsächlich am besten. Den dritten sogar noch ein Ticken besser, aber dazu komme ich gleich noch. Kategorie 3. Bester Anime im TV 2018. Und da habe ich tatsächlich einige geguckt, wie zum Beispiel Haikyuu, dann habe ich endlich mal Captain Tsubasa, Super Kickers 2006 geguckt in dem Jahr, habe in Gintama und Fairytale mal reingeschaut, wobei beide Serien nicht so wirklich meins waren. Dann hat Prozimax ja auch ein paar Filme und Serien gezeigt, die habe ich aufgezeichnet, die muss ich mir immer noch angucken zu meiner Schande. Zum Beispiel Detektiv Conan Episode 1, der geschrumpfte Meisterdetektiv und dann nehme ich natürlich fleißig die neuen Folgen auf. Ghost in the Shell Arise, Ghost in the Shell The New Movie, haben sie ja an Weihnachten rausgehauen, das war auch echt geil. Muss ich auch alles noch gucken. Auch Super RTL-Pokémon, der Film, die macht in uns, ja ich gebe es zu. Auch den habe ich noch nicht geguckt, weil ich so beschäftigt damit war, Videos für euch zu schneiden. Und ja, auch Naruto Shippuden, die neuen Folgen habe ich mir nicht angeguckt. Da habe ich aber ins Opening reingeguckt, also Line. Und das ist ja sowas von, das ist, also, boah. Da muss man ein bisschen an sich halten, um nicht zu heulen. Also ich finde das Opening richtig, richtig emotional. Weil man sieht halt am Anfang alle, die bisher gestorben sind in der Handlung von Naruto, wie die halt so einen Tropfen aus Licht quasi weitergeben an die nächste Generation. Und diese ganze Idee von dem Opening fand ich so wunderschön. Also ich, boah, ich liebe auch den Song. Also Hammer. Ach ja genau, Newer Name. Gestern, heute und für immer hat ProSiebenMax ja auch gezeigt. Den muss ich auch noch gucken. Meine Güte. Was ich aber auf jeden Fall komplett geguckt habe, waren die neuen Folgen von One Piece, sprich der komplette Punk-Hazard-Arc auf ProSiebenMax. Und natürlich Hunter x Hunter. Und das ist halt auch hier wieder mein Platz 1. Also Hunter x Hunter war wirklich mein absolutes TV-Highlight. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass die deutsche Synchro mir so gut gefallen würde. Also war einfach top. Ich habe jede Folge gefeiert und habe richtig, richtig Spaß daran gehabt, obwohl ich ja die Handlung eigentlich schon aus dem Manga kenne. So. Kategorie 4. Bester Anime im Simulcast 2018. Ja, auch hier ist wieder das Problem, dass ich tatsächlich gar nicht so viele Animes im Simulcast geguckt habe. Ich habe tatsächlich sogar einen einzigen nur. Und das war halt Magical Girl Side auf Prime Video. Und das war auch tatsächlich meine Nummer 1. Ich will mir noch After the Rain angucken. Und Wotakoi. Keine Cheats für die Liebe. Ebenfalls auf Amazon Prime. Aber Magical Girl Side. Also egal, was ich mir da noch anderes angucke. Nichts wird an Magical Girl Side heranreichen. Und da hat mir tatsächlich der Anime sogar besser gefallen als der Manga. Obwohl, kann ich so auch nicht sagen. Also der Manga hat auch ein paar richtig geile Stellen gehabt, die im Anime gefehlt haben. Aber ich rede halt jetzt so vom Ende. Weil, wie gesagt, Cliffhanger beim Manga. Und hier hat man halt ein richtig schönes Ende noch bekommen. Eine richtig schöne letzte Folge von der Staffel. Also das war geil. Ja, so ein paar Honorable Mentions. After the Rain, wie gesagt, will ich mir noch angucken auf Prime Video. Dann hat ja Anime on Demand Captain Tsubasa The News Series gestreamt im Simulcast. Was für mich auch interessant ist, wo ich auf jeden Fall, wenn es mal mit deutscher Synchro kommt, auch wieder reingucken werde. Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Auf Crunchyroll ist genau dasselbe. Ich habe einfach die alte Anime-Serie von Cardcaptor Sakura so derbe gefeiert. Auch so eine Serie, die habe ich bestimmt schon dreimal gesehen. Und liebe sie immer noch abgöttisch. Also da muss ich auch mal demnächst ein Video machen zu meiner Cardcaptor Sakura-Sammlung. Ja, wobei mir tatsächlich der Clear Card Arc bisher im Manga noch nicht so gut gefällt. Und im Anime soll es auch noch nicht so spannend sein. Deshalb war es ja auch klar, dass das nicht der erste Platz wird. Und ansonsten gibt es ja noch Cutie Honey Universe bei Anime on Demand. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn es es irgendwann mal mit deutscher Synchro geben sollte, weil ich ein großer Fan bin von der alten Cutie Honey Flash Anime-Serie, die damals auf Sat.1 immer kam morgens. Die war echt toll. Kategorie 5. Beste Anime auf Abruf 2018. Und das ist jetzt bei mir Dias geworden. Das gibt es aktuell bei Watchbox zu gucken. Will ich auch tatsächlich nochmal machen. Das ist ein Anime, den habe ich auch schon dreimal mindestens geguckt, wenn nicht sogar häufiger, weil ich den total liebe. Und deswegen werde ich die Gelegenheit auch nutzen, mir den nochmal reinzuziehen auf Watchbox. Habe ja jetzt auch mal den Manga gelesen, so ein bisschen davon. Die ersten fünf Bände, muss sagen, reicht für mich nicht an den Anime heran. Aber der Anime ist halt nach wie vor einfach toll. Aber was ganz knapp geworden ist, also fast hätte ich mich auch entschieden für Digimon Adventure 3 Chapter 3 Confession auf Prime Video, weil das war von allen sechs Digimon Adventure 3 Filmen mein absoluter Favorit. Da habe ich so rotz und Wasser geheult, als TK und Patamon sich voneinander verabschieden, beziehungsweise darüber reden, dass Patamon eventuell getötet werden muss, weil es ja infiziert ist. Und nochmal rotz und Wasser geheult, als Herkules, Caputerimon, alle Digimon in die digitale Welt gezerrt hat, damit sie nicht komplett ausgelöscht werden, sondern zumindest mal rebooted werden. Das hat wirklich mein Herz zerbrochen, dieser Film. Und dann habe ich mit einem Kumpel drüber geredet, der halt auch so richtig down to earth ist. Also wirklich eher kühl und so. Und das war so lustig, weil ich habe dem davon erzählt und da hat er so gesagt, hä, wie kannst du bei so einem Film so heulen? Und da habe ich ihm nur, der kannte nichts von Digimon, der wusste gar nichts, der kannte die Charaktere nicht und nichts. Habe ihm nur diesen Ausschnitt gezeigt, wo TK und Patamon reden und Patamon halt TK verrät, dass es infiziert ist und halt sagt, hier bitte tötet mich, wenn es hart auf hart kommt. Und dann gucke ich neben mich und er hat auch rotz und Wasser geheult bei der Szene. Also das ist eine Szene, die selbst gestandene Männer eliminiert. Also wer da nicht heult oder geheult hat bei der Szene, der hat einfach kein Herz. Was mich aber auch gefreut hat, war, dass Netflix Baki mal ein bisschen fortgesetzt hat. Ja, Baki habe ich damals auf Brosi Maxx geguckt, habe die erste Staffel noch richtig gefeiert. Die zweite Staffel fand ich dann nicht mehr so gut. Tatsächlich hat diese Anime-Serie ja die komplette Handlung von der ersten Manga-Reihe abgedeckt. Tatsächlich gab es ja noch ein paar Nachfolge-Mangas und das direkte Sequel vom ersten originalen Manga handelt davon, dass eben fünf extrem starke Häftlinge aus dem Gefängnis ausbrechen, unabhängig voneinander und sich auf den Weg machen nach Japan, um Baki herauszufordern im Kampf. Und habe ich mir jetzt tatsächlich die ersten fünf Folgen schon reingezogen auf Netflix und fand die richtig, richtig gut und freue mich auch schon drauf, das zu Ende zu gucken. Wobei ich halt ganz genau weiß, Baki ist nicht für jedermann. Also schon sehr brutal und ist halt so eine Macho-Welt. Also nur die Harten kommen in den Garten, sage ich mal. Aber trotzdem, also wer halt wirklich so Battle-Animes und Mangas liebt, der kommt um Baki nicht herum. Und tief in mir drin liebe ich die Klopperei. Ja und was mich auch sehr gefreut hat, dass Watchbox Shinshan wieder ins Programm genommen hat. Da habe ich auch tatsächlich ein paar Folgen mir angeguckt. Würde ganz gerne mal einen kompletten Rewatch beziehungsweise oder sagen wir mal Rewatch Plus machen, weil es bestimmt ein paar Folgen gibt, die ich noch nie gesehen habe von Shinshan. Das will ich auch auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Und dann ansonsten hätten wir noch bei Prime Video Yu-Gi-Oh! The Dark Zeit of Dimensions möchte ich an der Stelle auch auf jeden Fall noch erwähnen, weil dieser Film einfach toll war. Also beziehungsweise ich habe es einfach nur gefeiert, beziehungsweise hat mich darüber gefreut, dass überhaupt dann nochmal was kam mit den alten Charakteren. Ja sicher, man hätte den Film auch an vielen Stellen besser gestalten können und vielleicht war er nicht perfekt, aber es hat mich einfach so sehr gefreut, wieder Yu-Gi wiederzusehen, Junochi und sie alle halt, also beziehungsweise Joey und was aus ihnen geworden ist und dass das Ganze nochmal mit bisschen Background gefüttert wurde, wie zum Beispiel, dass man erfahren hat, dass ein Charakter ein Geist ist und Sobakuras Geschichte, wie er dann wirklich an den Millenniums reingekommen ist und 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 und. Das war einfach toll. Kategorie 6. Bester Anime international 2018. Da gab es dann so eine Liste von allen japanischen Animes, die 2018 rauskamen und man konnte halt auswählen, welche davon man sich wünschen würde. Ja und da mir die meisten davon überhaupt nichts gesagt haben, kann ich mich ja dann nur an die halten, wo ich halt die Original-Animes kenne, was da wären. Fullmetal Panic, Invisible Victory, Inazuma Eleven gab es gleich zweimal. Einmal Ades no Tenbin und The Seal of Orion, beziehungsweise auf japanisch Orion no Kokuin und Yo-Kai Watch Shadow Sight. Also ich würde mir sehr wünschen, dass Inazuma Eleven und Yo-Kai Watch die Animes in Deutschland mal fortgesetzt werden würden. Inazuma Eleven hat mir sogar einen Tick besser gefallen als der Yo-Kai Watch Anime, aber auch den fand ich echt lustig. Also das finde ich halt sauschade, dass wir bei beiden nur so die erste Staffel mit 26 Folgen hingeklatscht bekamen und dann ging es nie mehr weiter, obwohl es halt noch sehr, sehr, sehr viele Folgen mehr gibt in Japan und habe aber mich letzten Endes für Fullmetal Panic Invisible Victory als Platz 1 entschieden, weil ich die Fullmetal Panic Reise mag und die halt wirklich reifer und erwachsener ist als Inazuma Eleven und Yo-Kai Watch. Und ja, also ich habe damals von Fullmetal Panic die Urserie sehr gerne geguckt, die müsste ich auch unbedingt mal rewatchen und Fullmetal Panic von Mofu und Fullmetal Panic The Second Rate, zu meiner Schande muss ich gestehen, habe ich noch nie geguckt, weil der ja nie mit Deutscher Synchro rauskam, aber das will ich auch auf jeden Fall mal nachholen. Kategorie 7, bester DVD und Blu-Ray Publisher 2018 und da fiel es mir auch nicht leicht, also Animon Publishing hat ja einerseits einen Stein im Brett wegen Higurashi no Nakukoruni, ja KSM Anime natürlich wegen den ganzen Digimon Veröffentlichungen und dass sie halt sonst die einzigen sind, die halt noch so richtig schöne Anime-Klassiker von RTL 2 damals rausbringen. Was bei KSM Anime ausschlaggebend ist, dass sie jetzt nicht der erste Platz geworden sind, sind tatsächlich die Preise, weil ich die Digimon DVDs einfach wirklich derbe überteuert finde. Also es wird immer damit gerechtfertigt, dass die Digimon Lizenz halt sehr teuer gewesen sein soll, aber es gibt Informationen, dass die Detektiv-Konnen-Lizenz sogar noch teurer war und trotzdem, und da kommen wir mal zu meinem persönlichen Platz 1, schafft es Kaze Anime ja die Detektiv-Konnen-Boxen zu erschwinglichen Preisen rauszubringen. Ja, also wer hingeht und 3 für 2 Aktionen ausnutzt bei Amazon gelegentlich, der kann jede Konnen-Box für 33,33 Euro shoppen mit 30 bis 35 Folgen ungefähr pro Box und das ist halt so 1 Euro pro Folge, das ist saugünstig dafür, dass die Lizenz von Detektiv-Konnen noch teurer gewesen sein soll als von Digimon. Und was macht KSM? Sie bringen dann diese einzelnen Volumes raus, wo 18 Folgen drauf sind und da kostet eine einfach mal 56 Euro. Also wirklich Leute, am Arsch. Am Arsch. Ja, Polyband natürlich ist sehr günstig, das krasse Gegenteil von KSM. Also ich frage mich heute noch, wie die es geschafft haben, Soul Eater so günstig rauszubringen auf DVD. Deshalb kann man da auch mal überlegen, ob man die als bester DVD- oder BD-Publisher nimmt. Aber dafür bringen die mir halt zu wenig Anime einfach raus. Also ich finde so ein Riesen wie Kaze und KSM kann man einfach nicht mit sowas wie Animon und Polyband vergleichen, die halt mal einen guten Anime-Film oder eine gute Anime-Serie im Jahr rausbringen. Also das geht einfach nicht. Und bei Kaze kommt ja auch wirklich dazu, dass sie so viele tolle Sachen, also von Death Note, die ganzen Live-Action-Dramas und Filme und die Inuyasha folgen die neuen. Von Conan kommen ja jetzt auch bald so Short-Stories beziehungsweise Goshu Ayama Short-Stories als Anime und all sowas. Also einfach so viele Highlights. Ich lese auch immer total gerne den Kaze-Newsletter, weil irgendeine geile Meldung ist bei jedem Newsletter von Kaze dabei. Von daher bei Studio Hamburg Enterprises, ich meine klar, es ist löblich, dass es endlich mal einen Publisher gibt, der Pokémon die TV-Serie auf DVD bringt. Aber alleine, dass jetzt Pokémon X und Y, ich glaube, fünfmal mindestens verschoben wurde nach hinten und dann immer direkt ein halbes Jahr oder ein komplettes Jahr nach hinten. Also das geht dann auch irgendwie gar nicht und wirkt sehr, sehr unprofessionell. Kategorie 8. Bester Video-on-Demand-Anbieter 2018. Da fällt meine Wahl, und es überrascht mich selber, auf Amazon Prime Video, weil die einfach die geilste Anime-Auswahl haben. Also ja, ich will Prime zwar kündigen, weil es mir einfach zu teuer wird dann im nächsten Jahr, aber ich meine, bei Netflix hat man den Vorteil, wenn die ein Anime bringen, wie zum Beispiel Baki, dann bringen die den auch direkt mit deutscher Synchro. Das ist halt bei Netflix der Vorteil. Okay, ganz over jetzt die große Ausnahme, was sehr schade war. Aber Amazon Prime hat man halt wirklich das meiste dann original mit Untertiteln. Aber damn, sie hatten Magical Girl Sites, sie hatten Last Hero Inuyashiki, sie hatten, also haben, warum rede ich eigentlich in der Vergangenheitsform? After the Rain, Wotakoi, also sorry, so viele Titel fallen mir bei Netflix nicht ein im Anime-Bereich, die ich jetzt unbedingt gucken muss. Ja, und sonst Watchbox ist halt gratis. Das ist halt auch geil, weil es gratis ist. Aber es hat bei mir jetzt letzten Endes Amazon Prime das Rennen gemacht. Was mich halt wie gesagt selbst überrascht hat. Und dann kommen wir zur dritten und letzten Kategorie. Da fasse ich mich jetzt sehr kurz. Videogames. Ja, da gab es nämlich auch nur zwei Fragen zu bei Anime2You und das war einmal Bestes J-Game 2018. Obwohl ich es noch nicht spielen konnte, aber es wird direkt nächstes Jahr im Januar gekauft. Das sage ich mit voller Überzeugung. Super Smash Brothers Ultimate für Nintendo Switch. Also da freue ich mich schon mega drauf auf das Spiel. Was ich davon bisher gesehen habe und dass es auch wieder einen richtig geilen Story Mode hat, wie man den zuletzt bei Super Smash Brothers Brawl hatte. Must have. Absolutes must have. Dann Kategorie 2, bester J-Game Publisher 2018. Da muss ich natürlich dann auch Nintendo nehmen folglicherweise. Aber es ist für mich tatsächlich Gleichstand mit Bandai Namco Entertainment, weil ich hatte so viele Orgasmen. Ja, also jedes Mal, wenn die einen Trailer rausgebracht haben für Jump Force, obwohl ich Jump Force nicht spielen kann, weil ich die Konsole nicht habe. Aber trotzdem, dieses Game sieht so hammergeil aus. Ich habe jedes Mal, wenn mal wieder ein Video kam von Jump Force, richtig hart in meine Hose ejakuliert. Richtig hart. Also ich überlege noch, einen Freund zu bequatschen, der eine Playstation 4 hat, dass der sich das Game kauft, damit ich das bei dem dann zocken kann. Aber irgendwie muss ich dieses Game zocken im nächsten Jahr. Irgendwie. Ja, dann an dieser Stelle bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Das ist jetzt auch schon wieder viel länger geworden als geplant. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich mich dann so lange an manchen Punkten aufhalte. Aber ja, ich hoffe, dieses Format hat euch auch gefallen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das dann nächstes Jahr auch wieder machen soll. Und dann auch mit denselben Rubriken, in Anführungszeichen. Oder ob ihr jetzt irgendeine Rubrik vermisst habt. Oder was könnte ich denn noch fragen? Achso, natürlich könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was eben eure Lieblingsmangas und Animes waren und eure Antworten gewesen wären auf diese ganzen Kategorien. Das interessiert mich natürlich auch brennend. Also ja, in dem Sinne liken, abonnieren und vor allen Dingen kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ich hoffe, dass das Jahr 2019 für euch alle hammergeil sein wird. Denn ihr habt es euch echt verdient. Und dass alle eure Vorsätze in Erfüllung gehen. Und dass 2019 für uns alle das hammergeile Jahr wird, in dem alles besser wird. Das wird unser Jahr 2019. Wuhu!